Servos funktionieren, hier wird ein Micro-Servo von einem Arduino Uno angesteuert. Dass Pico-Servo nicht unbedingt die Bezeichnung für eine noch kleinere Stufe eines Servos sein muss, ist hier zu sehen. Basierend auf einem Raspberry Pico ist ein sehr großes, leistungsstarkes Servo entstanden. Fast alle mechanischen Komponenten sind aus PLA mit einem 3D-Drucker erstellt worden. Benötigt werden ferner Schrauben, Unterlegscheiben, Gewindestangen, zwei Kugellager und sonstige Kleinteile. Den Motor hatte ich vor Jahren von RS Components geschenkt bekommen, aber bislang nicht eingesetzt, manchmal braucht ein Projekt einfach etwas länger zum Reifen. Die elektrische Eingangsleistung wird über eine H-Brücke Typ BTS7960 zugeführt. Die Steuerung übernimmt der bereits angesprochene Raspberry Pico Mikrocontroller. Der 12V-Antrieb liefert bis zu 36W Leistung, wird hier aber nur mit einem Bruchteil der Maximalleistung angesteuert. Für ein wenig mehr Bedienkomfort habe ich ein 0.96 Zoll OLED-Display angeschlossen. Damit der Pico seine Umgebung wahrnehmen kann, kommen drei Hall-Sensoren Typ AH3503 zum Einsatz. Diese Sensoren liefern ein Ausgangssignal, das analog zur Stärke und Richtung der sie durchdringenden magnetischen Flussdichte ist. Einfach gesagt, ohne ein Magnetfeld gleicht die Ausgangsspannung in etwa der halben Eingangsspannung von 5Volt. Wird ein Magnet mit dem magnetischen Südpol nach unten zeigend über den Sensor gehalten, so sinkt die Ausgangsspannung, hier auf 0.8Volt. Wird der Magnet mit dem Nordpol nach unten zeigend über den Sensor gehalten, so steigt die Ausgangsspannung auf fast 4Volt. Der Raspberry Pico arbeitet mit einer logischen Spannung von maximal 3.3Volt. Ein Spannungsteiler aus einem 3Kiloohm Widerstand und einer 3V-10er Diode verhindert, dass die Logikspannung am Pin des Pico überschritten wird. Ohne Magnet gibt der entsprechende Pin eine logische 1 zurück, in Anwesenheit eines Magneten mit dem Südpol in Richtung des Hall-Sensoren. Wird der Magnet mit dem Nordpol in Richtung des Sensors gehalten, so bleibt die Ausgabe bei der logischen 1. Das ändert sich, wenn der Hall-Sensor gewendet wird, die Polung der Magnete und die Ausrichtung der Hall-Sensoren muss also beachtet werden. Direkt an der Motorwelle ist eine Sensorscheibe mit drei Magneten angebracht. Diese Scheibe wird von zwei Hall-Sensoren abgetastet. Warum zwei Sensoren benötigt werden, um die Drehung zu erfassen, habe ich in einem vorangegangenen Video ausführlich beschrieben. In einem weiteren Video habe ich gezeigt, wie die Ansteuerung des Motors prinzipiell funktioniert. Mit drei Magneten und zwei Sensoren kann die Rotation des Motors in 12 Schritte unterteilt werden. Laut Datenblatt dreht der Motor mit etwas mehr als 4300 Umdrehungen pro Minute, was somit etwa 50.000 Pulsen pro Minute oder etwa 860 Pulsen pro Sekunde an den Eingängen des Mikrocontrollers entspricht. Ob der Raspberry Pico diese Pulse entsprechend schnell verarbeiten kann und ob die Sensoren dann immer noch saubere Ausgangssignale liefern, zeigt ein Experiment. An den Pico wird der Befehl übertragen, den Motor um 1200 Pulse mit voller Geschwindigkeit zu drehen. Wird der Motor gestoppt, so muss der markierte Magnet wieder über den beiden Sensoren zum Stehen kommen. Das macht er auch, wäre das nicht der Fall, so würden nicht alle Pulse korrekt von der Software verarbeitet. Zurück auf 0 klappt ebenfalls problemlos. Der Raspberry Pico kann Mini-Programme völlig unabhängig vom Hauptprogramm ausführen, diese Eigenschaft nutze ich zum schnellen Abarbeiten der Eingangssignale. Wie auch bei den Standard-RC-Servos wird das Drehmoment des Motors über ein aus fünf Zahnrädern aufgebautes Getriebe verstärkt. Die Gesamtuntersetzung der Einheit beträgt etwa 355 zu 1, der Motor muss also 355 Umdrehungen ausführen, um das rote Zahnrad einmal um seine Achse zu drehen. Die Drehung der Ausgangswelle kann mit dem Sensor am Motor in 4.260 Schritte unterteilt werden, theoretisch. Zu bedenken ist, dass jedes Getriebe unweigerlich ein gewisses Spiel aufweist. Dennoch kann der Servohebel recht präzise und dabei sehr kraftvoll bewegt werden, allerdings nicht wirklich schnell. Durch Tauschen zweier Zahnräder wird die Untersetzung auf 117 zu 1 verringert. Der Servohebel dreht sich jetzt mit etwa der dreifachen Geschwindigkeit. Direkt nach dem Einschalten des Servos ist die aktuelle Position des Hebels nicht bekannt. Um das zu ändern, wird ein weiterer Hallsensor benötigt. Dieser ist so angebracht, dass ein Magnet am Zahnrad der Ausgangswelle detektiert werden kann. Nach dem Einschalten wird der Motor gedreht, bis dieser Sensor anspricht. Ab diesem Zeitpunkt kann der Raspberry Pico jede vorgegebene Position ansteuern. Das Servo kann auch als sehr flexibel ansteuerbarer Getriebemotor Verwendung finden. Die Drehgeschwindigkeit der Ausgangswelle wird über die dem Motor zugeführte elektrische Leistung, also durch die Pulsweite des Signals an der H-Brücke vorgegeben. Wird die Ausgangswelle durch eine Last gebremst, so verlangsamt sich die Rotation, mitunter bis zum Stillstand. Mit Sensorrückkopplung kann man die Geschwindigkeit konstant halten. Die Anzahl der Pulse pro Sekunde an der Sensorscheibe ist analog zur Rotationsgeschwindigkeit des Motors. Wird die Ausgangswelle durch eine Last abgebremst, so erkennt das der Mikrocontroller und erhöht die Eingangsleistung des Motors durch Anpassen des Pulsweitensignals. Wird die Last am Servohebel verringert, so wird auch die zugeführte Leistung wieder zurückgeregelt. Somit bleibt die Rotationsgeschwindigkeit auch bei wechselnder Last konstant. Um das Prinzip zu demonstrieren, erfolgt die Leistungsanpassung hier mit sichtbarer Verzögerung. Indirekt kann der Pico das an der Ausgangswelle anliegende Drehmoment messen, indem die aktuell nötige Pulsweite mit der Pulsweite im Leerlauf verglichen wird. Das maximale Drehmoment des Motors ist so hoch, dass dieses das Kunststoffgetriebe zerstören könnte. Durch den Vergleich der an den Motor abgegebenen elektrischen Leistung mit der damit erzielten Drehzahl kann eine Überlastung verhindert werden. Im Extremfall wird eine Notabschaltung eingeleitet oder der Motorstrom zumindest auf ein ungefährliches Maß reduziert. Mit sogenannten PID-Regelkreisen kann die Bewegung des Servos optimiert werden, auch hierzu habe ich bereits ein Video angefertigt. Wie werden die Steuersignale zum Servo übertragen? Nun, der Raspberry Pico verfügt über eine USB-Schnittstelle und im einfachsten Fall kann diese verwendet werden, um das Servo anzusteuern. Wird ein weiterer Pin des Pico verwendet, so kann das Servo auch mit dem üblichen Pulsweitensignal von RC-Servos angesteuert werden, was hier mit einem Arduino Uno gemacht wird. Ein 50Hz Rechtecksignal mit einer Pulsweite von einer Millisekunde entspricht einem Winkel von minus 45 Grad, 1,5 Millisekunden entspricht der Mittelstellung von 0 Grad und 2 Millisekunden entsprechen plus 45 Grad am Hebel der beiden Servos. Denkbar sind auch I2C oder SPI oder was immer ihr benötigt und der Raspberry Pico liefern kann. Und wer keinen 3D-Drucker besitzt, kann auch einen Scheibenwischermotor entsprechend modifizieren. Bei diesem Exemplar ragt die Motorwelle am hinteren Ende so weit heraus, dass ich die Kappe am Gehäuse abschneiden und daran eine Sensorscheibe aus Blech ankleben konnte. Diese Scheibe wird über Lichtschranken abgetastet. Die Untersetzung des Schneckengetriebes beträgt 72 zu 1. Der Endschalter für den Servohebel besteht ebenfalls aus einer Lichtschranke. Zusammen mit dem OLED-Bildschirm werden dieselben Pins am Pico verwendet, lediglich ein paar Parameter in der Software müssen angepasst werden. Hier habe ich einen Raspberry Pi an das Pico-Servo angeschlossen und betreibe das alles über einen 12V-Akku. In dem Servo befindet sich ein Stepdown-Converter, der 5V über eine USB-Buchse ausgibt, worüber der Einplatinencomputer versorgt wird. Auf dem Raspberry Pi läuft der Web-Server Apache. Man erhält somit ein per Browser ansteuerbares und programmierbares Servo, hier zu sehen mit meinem Smartphone. Die 3D-Dateien, Schaltpläne und Software findet ihr auf meinen Seiten zum Download. Und wer mich dabei unterstützen möchte, weitere derartige Open Source Projekte zu verwirklichen, kann gerne die Spenden-Schaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht haben, eine besondere Finanzspritze hat so zum Beispiel den Bau dieses Pico-Servos angestoßen. In diesem Sinne, Dank!